und damit herzlich willkommen auf der finsteren seite des mondes wir haben hier noch ein paar sachen zu erledigen uns fehlen ja hier glaube ich noch zwölf monge oder so und stehen natürlich ein paar challenges aus und schauen mal zum beispiel was haben wir hier okay das kommt mir wie bekannt vor so was in art hatten wir schon mal nur doch ein bisschen anders ah die sind noch da gut so snacki so gefällt es mir immer schön fleißig joshi immer schön fleißig die äpfelchen laschen da machst du vielleicht auch ein feines keckerchen in form eines mondes joshis magmasumpf cool auch gut dass wir die eingesammelten äpfel behalten aber maria das war jetzt mal ein bisschen besser auf ne würde ich sagen also wir probieren es so gut noch mal gut gegangen können wir die snacken ja sehr gut da sind noch welche schon wieder sowas mit einer pflanze so danke sehr schön die drei noch oder ja würde ich sagen immerhin zwei haben wir doch eine noch amayashi muss er durch muss er durch ich muss hier lang batsch so auch das war aber nicht nett egal früchte mal im magmasumpf okay falsch raus hier mehr als zwei monate gibt es nicht wollen wir die schon? na klar wenn wir schon mal hier sind 980 nur noch 19 monate gigantisch ein bisschen speeden diese häschen so viel kunst und so viele hasen ah hier ist unser info toad mal gucken wir mal hier rein ah das ding aus city land nur auch ein bisschen abgewandelt würde ich sagen ihr werdet meinem yoshi nichts antun wow wow kann es sein dass die finstere seite des mondes äh sehr yoshi lastig ist so da oben ist noch ein apple ah verdammt fast fast ge grabbed äh kamera sehr nett danke holen wir uns erstmal die hier ja noch ein apfel verdammt ich mal noch ein paar apfel alter das sieht ja mal geil aus yoshi unter beschuss ich glaube wir haben uns gerade ein bisschen wir lassen uns hier gerade ein bisschen hängen oder ah mal freund gut ich komme ja schon so dann braucht es jetzt aber noch ein paar muss noch mal gucken da sind noch welche schön 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 wo haben wir denn noch welche müssen wir eigentlich das hier kaputt machen doch wahrscheinlich ne ich glaube es wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen erstmal mit der kanal alles kaputt zu bashen ja doch macht sinn ne apfel apfel da fällt der apfel nicht weit vom stamm und da oben sind noch apple gut ich denke das sollten wir hinkriegen hier noch so viele äpfel kriegt man hier drei munde naja erstmal yoshi wo es heißt wir machen erstmal erstmal machen wir dich platt so dann wollen wir mal hier ein bisschen kawums machen fein fein gut ja hoch müssen wir da ist noch ein apfel zwischen wie soll ich denn an dem rankommen ok vielleicht so wie mit dem von eben gerade ne kamera ne das klappt so nicht schade mal sehen wir mal an diesen apfel da rankommen sammeln wir erstmal die anderen allein so 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 da müsste man eigentlich locker die kamera macht mich ja fertig so 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 ouch ach hättest aber auch beide grabben können mein lieber freund hättest doch beide grabben können na gut kriegen wir hin jetzt haben wir ihn boah jetzt muss noch diesen einen apfel da schade dass man so wenig mit yoshi machen muss in super mario odyssey so jetzt noch diesen apfel da ne so kommen wir da nicht ran geht wohl nur von oben wird man uns loben wenn wir rankommen von oben scheiße hahaha oh ist das blöd da an diesen apfel ranzukommen das denkt ihr euch dabei es gibt sicherlich einen einfacheren weg jetzt haben wir ihn tolles ding früchte mal unter beschuss ju auch durch würde ich sagen ach doch 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 wot schon 16 von 24 und raus hier und safe guti so dann schauen wir uns mal weiter um obwohl wir können ja ach komm machen wir erstmal so hinter der odyssee traust mich jetzt schon davor ich weiß was da ist auch zwei ah die wollen es noch mal ganz hart auf die probe stellen dürften ja nicht mehr so viele sein mein lieber tot ok i see i see und damit haben wir sie alle gut na dann warte nur noch 6 ne 8 1 2 3 4 5 6 7 8 genau ok ok was haben wir denn hier ach die scheiße na gut probieren wir es ich probiere es shit kann ich doch vergessen na probieren wir es nochmal alle guten dinge sind dreiser aber wir probieren es dreimal oh dann schieben wir es erstmal der Mist soo 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 Einen oldigen Controller schütteln? Ah nee, wenn er eine Arschbombe macht, dann haben wir gar keine Chance. Dann haben wir gar keine Chance. Nein? So, Hechtsprung. Ach, können wir, glaube ich, vergessen. Gut, Nummer 2. Letzter Anlauf. Ansonsten beenden wir den Part erst mal. Und wir verschieben das. Ich glaube, sonst mähen sich meine Nerven. Und das wollen wir nicht. Das ist aber auch mächtig asozial. Nintendo, was habt ihr heute bei der Scheiße gestartet? Oder? Das ist aber wunderbar. Das ist ja so gut, woher ich noch nicht mehr verletуть momentan. Wie ist das eine By-Defelse? Eink, was es? So, wie war das jetzt? Hier hatte ich einen pencilsen. Wer hat es gemacht? Wer hat es mir gemacht? Wer hat es mir gemacht? Wer hat es mir gemacht hat? Wer hat es mir gemacht? Das war's für heute. vorbei, nerven, nerven ich hör lieber auf ich geh jetzt hier raus und wir schieben den ganzen Ratz hier bevor mir letztendlich der Arsch platzt gut ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal, ciao bis zum nächsten Mal